In diesem Video sprechen wir über fünf Top-Secret-Geheimnisse von autistischen Menschen, welche sie in aller Regel niemandem erzählen. Dabei handelt es sich um witzige Geheimnisse, dabei handelt es sich um süße Geheimnisse, ja, aber dabei handelt es sich auch um tragische Geheimnisse, welche den Betroffenen häufig sehr, sehr unangenehm sind. Dennoch ist es wichtig, über diese Geheimnisse einmal zu sprechen. Zum einen deshalb, damit Betroffene wissen, dass sie mit ihren typischen Problemen oder Symptomen nicht alleine sind und auch zum anderen, damit das Umfeld eventuell mehr Verständnis und Achtsamkeit für autistische Menschen gewinnt. Bevor es losgeht, noch ganz kurz zu mir. Mein Name ist Tom Harrendorf und ich habe selber fünfmal in meinem Leben die Diagnose auf Autismus bzw. Asperger-Syndrom erhalten. Das heißt, viele der Geheimnisse, die ich in diesem Video ausplaudern werde, kenne ich auch von mir selbst. Außerdem bin ich seit über zehn Jahren Leiter einer Autismus-Selbsthilfe-Gruppe für Erwachsene und ich bin der Gründer und Leiter von autismusspektrum.info. Das ist eine Internetseite von und für Betroffene, in dem ihr viele Fachartikel von namenhaften Experten zum Thema Autismus finden könnt. Schaut auch da gerne einmal vorbei. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, aber lasst es der langen Vorrede genug sein. Was sind denn nun die fünf Geheimnisse, die autistische Menschen lieber niemandem erzählen? Tja, Geheimnis Nummer eins. Viele autistische Menschen, wahrscheinlich die meisten, haben ein sehr, sehr schlechtes Körpergefühl. Es ist bekannt, dass Menschen mit Autismus Probleme haben, was die Spiegelneuronen anbelangt. Dass also autistische Menschen Probleme haben, die Bewegungen und Körperabläufe anderer Personen, die ihnen etwas vormachen, die sie beobachten, zu spiegeln und selber nachempfinden zu können. Alleine das ist schon ein ganz, ganz großes Problem, wenn es darum geht, die eigenen Körperbewegungen, die Art und Weise, wie man seine Glieder bewegt oder in Position hält, auf andere Menschen anzupassen und mit den Menschen, in denen man sich in Gesellschaft befindet, anzugleichen. Gleichzeitig haben autistische Menschen aber auch ein sehr, sehr schlechtes Körpergefühl und das alles führt dazu, dass sie sich sehr unwohl in ihrer eigenen Haut, in ihrem eigenen Körper fühlen können. Bei mir war das in meiner Kinder- und Jugendzeit so extrem, dass ich gar nicht wusste, wie man eigentlich geht, wie man sich zu bewegen hat und ich auf verschiedenste, teils skurrile Arten versucht habe, verschiedenste Gangbilder, Körperhaltungen durchzuprobieren. Was immer wieder dazu geführt hat, dass die anderen Kinder auf dem Schulhof mich, ja, ich möchte nicht sagen, zu Recht, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich muss teilweise sehr komisch ausgesehen haben, natürlich aus begründetem Anlass sich über mich lustig gemacht haben. Inzwischen habe ich dieses Thema, Gott sei Dank, relativ gut im Griff. Trotzdem vermeide ich es zum Beispiel, schneller zu laufen, also zu rennen, zu joggen, weil ich dann fürchte und das wird auch so eintreffen, dass ich dann laufe oder watschle, sprichwörtlich wie eine Ente. Das alles ist für autistische Menschen sehr, sehr unangenehm und nicht umsonst sagt man auch oder sagen auch viele von Autismus Betroffene, dass sie andere Autisten relativ leicht am Gangbild erkennen könnten. Das darf man natürlich nicht überbewerten, das darf man nicht zu krass pauschalisieren. Aber es ist nun einmal richtig, dass autistische Menschen in vielen Fällen, wenn nicht sogar in aller Regel, ein schlechtes Körpergefühl haben. Eine Sache, die autistische Menschen als ein oftmals wohlgehütetes Geheimnis haben und da kann ich auch wieder von aus meinem eigenen Leben euch erzählen, ist es, dass sie eine Tendenz dazu haben, dieselben Lieder und Musikstücke, wenn sie denn überhaupt Musik hören. Ich kenne doch einige Autisten, die sagen, ich habe gar keine Affinität für Musik, ich kann mit Musik hören gar nichts anfangen, ist übrigens aber eher die Minderheit. Ja, dass Autisten dieselben Musikstücke immer und immer wieder auf Dauerschleife hören. Bei mir war das früher so extrem, dass ich es noch nicht einmal geschafft habe, ein Lied komplett zu hören und dann auf Dauerschleife zu hören, sondern immer nur bestimmte Anteile eines Liedes zu hören. Und dann bin ich wieder zum Anfang des Liedes oder der entsprechenden Stelle zurückgesprungen. Schlicht und ergreifend, weil mich die Variation eines ganzen Musikstückes oder einer ganzen Maxi-Single eines ganzen Musikalbums überfordert hat. Und das geht vielen Autisten genauso, wie es mir früher gegangen ist und noch heute geht. Warum ist das ein Geheimnis? Na ja, ganz ehrlich, was hätten denn alleine meine Eltern oder die Leute in meiner Schule von mir gedacht, wenn sie wüssten, dass ich den ganzen Tag, vielleicht sogar Wochen oder Monate immer dasselbe Musikstück höre und das vielleicht auch noch laut über die Lautsprecher meiner Stereoanlage. Sie hätten mich, das sage ich jetzt mit einem Augenzwinkern, natürlich für verrückt, für ein wenig bekloppt gehalten. Das ist auch der Grund, warum ich übrigens bis heute Musik über Kopfhörer höre, damit mich niemand dabei stört, Musik ständig auf Dauerschleife zu hören. Und nochmal, das geht vielen Autisten so. Das hat etwas damit zu tun, dass Autisten, das ist eines der ganz typischen Symptome, eine Tendenz dazu haben, bestimmte Dinge immer und immer wieder wiederholen zu wollen. Dass sie auch teils große Widerstände durch zu viel Variation in ihrem Leben haben. Und das zeigt sich eben auch beim Hören von Musik. Und hier ist es eventuell sogar noch auffälliger, als zum Beispiel immer und immer wieder den gleichen Tagesablauf abzuspulen. Denn hier braucht der außenstehende Beobachter sich nur drei Minuten Zeit nehmen, um festzustellen, dass ein Autist dort in seinen Routinen verhaftet ist. Geheimnis Nummer drei, dass Autisten aus wahrscheinlich uns allen verständlichen Gründen nicht jedem auf die Nase binden, sprichwörtlich. Viele autistische Menschen sprechen mit ihren Kuscheltieren. Viele autistische Menschen haben überhaupt noch Kuscheltiere als Erwachsene und davon teilweise sogar sehr, sehr viele. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr selbst eine Diagnose auf Autismus habt, ob das bei euch auch so ist. Ich bin mir sicher, sehr viele von euch werden in den Kommentaren zugeben und davon berichten, ja, es ist so, ich habe eine absolute Affinität dafür, mit meinen Kuscheltieren zu sprechen. Zu sprechen oder eventuell sogar in einem viel erweiterten Sinne zu spielen. Ja, richtig auch den Tag mit Stofftieren oder, das muss ich dazu sagen, anderen ähnlichen Maskottchen vielleicht, wie Playmobil-Figuren oder whatever, einen ganzen Tag zu vollbringen und zu durchleben. Warum machen Autisten das? Naja gut, also zum einen muss man ganz klar sagen, es gibt auch viele Nicht-Autisten, die ein, ja doch sehr intensives, eine sehr intensive Beziehung zu Kuscheltieren auch noch im Erwachsenenalter haben. Das ist kein, es ist ein Geheimnis, aber naja, ihr wisst, es gibt solche Leute. Aber bei Autisten kommen noch andere Faktoren dazu. Autisten haben zum Beispiel in aller Regel ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes Defiziteinschränkungen im Bereich der Theory of Mind, im Bereich der Mentalisierung oder grob gesagt im Bereich der Empathie. Und bevor ihr neu auf diesem Kanal seid und jetzt sagt, nein, nein, das stimmt nicht, Autisten können sehr empathisch sein, da habe ich am Ende dieses Videos noch eine Video-Empfehlung von mir zu euch, denn natürlich dieses Thema Empathie habe ich auf meinem YouTube-Kanal und jetzt bei annähernd inzwischen fast 1000 Videos auch schon ganz genau analysiert und auseinandergenommen. Naja, jedenfalls, ganz grob gesagt, haben Autisten hier gewisse Einschränkungen, Autismus-typische Einschränkungen, die sich auch in den Diagnose-Kriterien so widerspiegeln. Und das führt dazu, dass sie häufig Probleme haben, lebende Menschen, Tiere von toten Gegenständen zu unterscheiden. Zumindestens intuitiv. Ja, die meisten Autisten wissen, dass es Unterschiede zwischen einer Playmobil-Figur und einem lebenden Menschen gibt. Wobei mir dieser Unterschied auf einer tiefen philosophischen Ebene erst mit Ende meiner Jugendzeit klar geworden ist. Real Talk an dieser Stelle. Aber intuitiv fehlt Autisten da häufig das Gespür für. Und Autisten erzählen deshalb, das sind Dinge, die liest man zum Beispiel in Autismusforen im Internet, weiß ich aber auch aus dem privaten Kontakt mit Autisten. Deswegen sprechen Autisten auch häufig davon, sie selbst hätten Empathie für Gegenstände, weil sie eben nicht intuitiv erfassen können. Und genau da sehen wir schon die Probleme bei der Empathie von autistischen Menschen, dass natürlich eine Playmobil-Figur eigentlich gar kein Innenleben und deswegen keine Psychologie, deswegen keine Persönlichkeit, deswegen keine Gefühle hat und man deswegen eigentlich mit einer Spielfigur auch keine Empathie haben kann, sondern bestenfalls projiziert. Das ist einer der Gründe, warum autistische Menschen mit Stofftieren oder anderen ähnlichen Maskottchen häufig sprechen, häufig die Lebensgestaltung ausüben. Ein anderer Grund, sehr, sehr interessant ist, dass man in Studien herausgefunden hat, dass Autisten zwar erhebliche Probleme haben, Gestik und Mimik, emotionale Ausdrücke im Gesicht von anderen Menschen zu erkennen, allerdings bei Cartoon-Figuren oder abstrakten Darstellungen, Emojis auf dem Handy oder aber auch bei Kuscheltieren und Spielfiguren, es ihnen sogar leichter fällt und sie besser darin sind, Emotionen zu erkennen als Nicht-Autisten. Sehr interessant, wenn also der emotionale Ausdruck einfacher dargestellt wird, als er in Wahrheit bei einem echten Menschen ist, da sind Autisten sehr, sehr gut drin, diese emotionalen Ausdrücke zu erkennen und das mag auch mit dazu führen, dass Autisten mit Stofftieren sprechen und vielleicht sogar, ja, das mag sich krass anhören, aber schreibt bitte in die Kommentare, ob es bei euch so ist oder nicht, eventuell sogar die Gesellschaft der Stofftiere, der Gesellschaft anderer Menschen wenigstens manchmal vorziehen. Geheimnis Nummer 4 und hier gehen wir jetzt wirklich richtig auf die Beziehungsebene, wie es in der Interaktion von Autisten mit anderen Menschen so ist. Autisten interessieren sich in aller Regel nicht für den Smalltalk mit anderen Menschen oder im noch erweiterten Sinne interessieren sich gar nicht für das, was andere Menschen ihnen erzählen, was andere Menschen für Hobbys haben, was andere Menschen den Tag über so erlebt haben. Tja, das ist deshalb ein Geheimnis, weil die meisten Autisten, insofern sie eine mindestens durchschnittliche intellektuelle Begabung haben, natürlich im Laufe des Lebens festgestellt haben, dass Menschen schon Wert darauf legen, dass man sich für sie interessiert. Autisten wollen ja auch, dass man sich für das interessiert, was sie zu erzählen haben. Und ja, dann haben sie sich natürlich angewöhnt, das zu überspielen, dass sie sich da häufig gar nicht für interessieren. Gute Miene zum bösen Spiel würde das passende Strichwort jetzt hier lauten. Und ja, natürlich, deswegen gehen die wenigsten Autisten, wahrscheinlich fast keiner raus und sagt dem anderen, du, das interessiert mich eigentlich gar nicht, was du mir da so erzählst. Das kann verletzend für den Gegenüber sein. Und ja, Autisten wissen das spätestens mit der fortschreitenden Lebenserfahrung. Jetzt denken natürlich Autisten, da spreche ich jetzt direkt meine autistischen Zuschauer, meine mitautistischen Zuschauer an. Jetzt denken natürlich Autisten, eigentlich geht das allen so, oder? Wer interessiert sich denn schon für das Gequatsche des anderen? Eigentlich will doch jeder nur das loswerden, was er selber zu erzählen hat. Aber da muss ich sagen, nein, falsch, das ist ein Irrtum. Und gerade dadurch, dass nicht-autistische Menschen, neurotypische Menschen, so hoch empathisch sind und das intuitiv erleben, das Thema Empathie, Mentalisierung, Theory of Mind etc., haben sie erstens ein großes Gefallen daran, von anderen Menschen Informationen zu bekommen. Und auch am Thema Smalltalk. Das hat ganz viel damit zu tun, dass Smalltalk zum Beispiel häufig sich gar nicht um die Themen dreht, die dort besprochen werden, klassischerweise das Wetter, sondern um den Austausch von Emotionen über Gestik und Mimik. Smalltalk hat teilweise sogar noch tiefergreifende Bedeutungen, die jetzt hier zu erläutern. So krass wäre, abonniert gerne diesen Kanal, denn auch dazu habe ich schon Videos gemacht. Ja, und nicht-autistische Menschen können sich vor allen Dingen auch begeistern über Gefühlsansteckung für das, was andere ihnen erzählen und von dem sie selbst begeistert sind. Das ist ein eigentlich natürliches und funktionales Herdenverhalten. Okay, das ist ganz wichtig zu verstehen. Wenn einer aus der Herde etwas gefunden hat, etwas macht, was ihm Spaß bereitet, was ihm einen Nutzen bringt, dann ist es für den Fortbestand der Herde des Rudels sehr sinnvoll, das nachzumachen und auch Begeisterung dafür zu entwickeln. Umgekehrt, wenn irgendjemand etwas mit etwas ganz schlechter Erfahrung gemacht hat, dann lässt man selber die Finger in aller Regel davon. Das alles haben autistische Menschen nicht, zumindestens nicht automatisiert und intuitiv. Aus den in diesem Video schon lang und breit besprochenen Gründen. Ferner ist es so, dass eines der Kernkriterien für die Diagnosestellung Autismus-Spektrumsstörung bzw. Asperger-Syndrom, wie früher diese Diagnose häufig vergeben wurde, auch ich habe ja die Diagnose Asperger-Syndrom oder Asperger-Autismus erhalten, weil meine Diagnosen schon länger zurückliegen, dass eben Spezialinteressen eins dieser Diagnose-Kriterien sind, welche klassischerweise von den meisten Autisten vollumfänglich erfüllt werden. Spezialinteressen heißt ja auch nichts anderes, als sich extrem für ein oder zwei eng umgrenzte Interessensgebiete zu begeistern, unter Ausschluss der Interesse anderer Interessensgebiete. Und das bedeutet natürlich auch, das geht damit einher, dass man sich nicht für die Interessen der anderen interessiert, selbst dann, wenn sie begeistert darüber sprechen. Es gibt auch noch weitere Fälle, wo Autisten sich auf einer tiefen Ebene auch nicht dafür interessieren, wie es anderen Leuten geht, was andere Leute denken, fühlen, wollen. Das soll nicht heißen, dass autistische Menschen ihnen ihr Gegenüber egal wäre. Nur, dass alles dieses Interesse am Wohlbefinden des anderen, das findet auf einer sehr viel intellektuelleren Ebene ganz, ganz häufig statt und weniger auf einer emotionalen Ebene. Das Fazit ist halt nun mal einfach, dass Autisten sich sehr viel weniger für das interessieren, was andere ihnen erzählen. In aller Regel, es sei denn, es geht um Themen, mit denen sie sich auch identifizieren können, Spezialinteressen oder gemeinsame Projekte, als nicht-autistische Menschen. Okay? Und da müssen auch Autisten selbst aufgeklärt werden. Nein, es geht nicht allen Menschen so. Das ist eine Information, die sie brauchen, um das menschliche Miteinander, in dem sie sich befinden, besser verstehen zu können. Abschließend sei dazu gesagt, dass dieses sich nicht interessieren können, ich habe es ja auch immer versucht, für andere im Laufe der Jahre besser geworden ist. Ich bin jetzt 36. Ich hatte es mit 26 und mit 16 noch sehr viel krasser. Es hat sich verbessert und viele Autisten machen auch hier die Erfahrung, dass es im Alter etwas schwächer beziehungsweise mehr möglich wird, sich für andere zu interessieren. Ja, und Geheimnis Nummer 5, den muss ich jetzt noch bringen, insbesondere was das Thema Beziehung und Partnerschaft anbelangt. Autisten wissen nicht, welche Augenfarbe du hast. Real Talk an dieser Stelle. Vielleicht wissen Autisten auch nicht, wie dein Geburtsdatum lautet. Und häufig können sich Autisten auch gar nicht die Namen von anderen Menschen merken. Ja, es ist einfach so, mit der Autismus-Spektrum-Störung geht, sind wir wieder beim Intuitiven, ein geringes oder vermindertes, verändertes, intuitives Interesse an zwischenmenschlichen Daten, Fakten, Ereignissen einher. Das schließt auch so ein bisschen an, an das, was ich gerade erzählt habe. Und ja, Autisten wollen rational häufig sich die Geburtstage von Leuten merken, wollen rational versuchen, die Namen ihrer Mitmenschen auswendig zu lernen oder die Augenfarbe sich zu merken, wenn Autisten wissen, dass es dem gegenüber wichtig sein könnte. Stichwort Beziehung, Partnerschaft. Aber es fällt ihnen häufig sehr schwer und ganz, ganz häufig vergessen sie es auch immer wieder. Auch hier, das ist, hier müssen jetzt auch wirklich die nicht-autistischen Menschen einmal Verständnis haben. Die nicht-autistischen Menschen schaffen es intuitiv, das automatisch abzuspeichern, weil sie da so ein großes, naturgegebenes Interesse dran haben. Einmal den Namen gehört, bumm, gemerkt. Einmal die Augenfarbe intuitiv wahrgenommen, bumm, gemerkt. Geburtstag, ganz wichtig, bumm, gemerkt. Da haben sie einen Vorteil. Autisten haben hier einen Nachteil. Deswegen sollte man ihnen auch nicht böse sein, wenn sie solche Dinge immer wieder vergessen. Das ist wie mit Vokabeln auswendig lernen. Man kann sie lernen, man vergisst sie aber auch sehr schnell wieder. Oder Mathe-Regeln wäre so ein ähnliches Thema. Mit der Augenfarbe hat das noch damit zu tun, dass autistische Menschen Gestik und Mimik in aller Regel nicht intuitiv verarbeiten können, deswegen anderen Menschen nicht in die Augen schauen, schon gar nicht automatisiert. Ich wusste erst im Alter von 17 Jahren, durch Zufall hat mir das jemand gesagt, dass Menschen sich überhaupt in die Augen schauen, wenn sie miteinander sprechen. Es ist klar, dass dann natürlich auch meine automatisierte Fähigkeit von jedem um mich herum die Augenfarbe mir zu merken, einzuprägen, aufzusaugen, sofort zu registrieren, extrem reduziert ist. Und ja, auch ich bin in das Fettnäpfchen getreten, dass viele Autisten, wenn sie einmal eine Partnerschaft führen, treten, sprichwörtliche Fettnäpfchen, ja, Redewendung, dass dann irgendwann der Partner fragt, ja, wie findest du eigentlich meine Augenfarbe oder was ist denn meine Augenfarbe? Die machen das als so eine Art Beziehungstest. Hast du wirklich Interesse an mir oder nur an, ja, meinem Körper, whatever? Und ich dann sagen musste, ich kenne deine Augenfarbe nicht. Und nicht, weil ich sie nicht wirklich geliebt hätte, meine damalige Freundin, sondern aus den eben Autismus-spezifischen genannten Gründen, okay? Deswegen seid nicht böse, liebe Nicht-Autisten, wenn ihr da einen Autisten habt, der sich eben diese ganzen Daten, Namen, und Geburtsdatum, Augenfarbe nicht merken kann. Das heißt nicht automatisch, dass da jemand ist, der gar kein Interesse an euch hat. Ja, und an meine lieben Mit-Autisten, ihr müsst diese Dinge wissen. Ja, und auch, ich sag's euch spätestens ab diesem Video, wisst ihr es, wenn ihr mit irgendjemandem in einer romantischen Beziehung sein wollt oder seid, prägt euch die Augenfarbe ein. Lernt die auswendig, wie Vokabeln, sonst könnte es eventuell peinlich werden. Ja, und das soll es auch mit diesem Video gewesen sein. Ich hatte ja gerade gesagt, ihr bekommt jetzt noch ein Video zum Thema Empathie. Das möchte ich euch in der Endkarte zu diesem Video, das heißt in den letzten 20 Sekunden, ploppt hier oben zu meiner Rechten und zu eurer Linken gleich eine Endkarte auf. Da könnt ihr drauf tapsen oder drauf klicken und kommt direkt zu diesem Video. Da analysiere ich dieses ganze Thema Empathie sehr rational, okay? Nee, da werde ich darauf eingehen, dass eben verschiedene Wissenschaftler und vor allen Dingen auch in der Laien-Community häufig verschiedene Definitionen dieses Begriffes verwendet wird und es deswegen häufig in der Diskussion zu Missverständnissen kommt, dass die einen Experten sagen, Autisten hätten keine Empathie, die Betroffenen selbst sagen häufig, sie haben Empathie und so weiter. Das ist ein nüchternes, sachliches Video. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut euch das gerne an. Rechts unten kommt auch meine Autismus-Playlist. Gerne dort reinschauen. Übrigens, wenn ihr dieses ganze YouTube-Projekt unterstützen möchtet, wenn ihr sagt, hey, das Video hat mir jetzt gefallen und vor allen Dingen, ich konnte mich dort identifizieren, dann werdet von Herzen gerne auch Kanalmitglied. Einen Link zur Kanalmitgliedschaft und diesen YouTube-Kanal unterstützen findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten, ihr Lieben, lasst euch nicht unterkriegen, haltet die Ohren steif, klickt auf das Video und ich hoffe doch, wir sehen uns beim nächsten Mal.